Wenn ihr Drachen hört, denkt ihr wahrscheinlich daran. Oder an das hier. An ein Spielzeug oder eine Aktivität, mit der ihr eure Sommernachmittage füllen könnt. Doch auch das hier sind Drachen. Allerdings nicht für Kinder. In seinem Atelier in der Nähe von Rennes arbeitet Victor Guerrito. Einer der wenigen professionellen Drachenbauer Frankreichs. Victor hat Kunst studiert. Seine Leidenschaft für Drachen war damals noch nicht absehbar. Bis ein Professor ihm von einem Wissenschaftler erzählte, der für die Erfindung des Telefons bekannt ist. Alexander Graham Bell. Er war der Erste, der den Tetraeder verwendet hat, weil er erkannte, dass diese Form für das Fliegen ein interessantes Verhältnis von Gewicht und Größe hat. Er hat mit Tetraedern experimentiert und wollte sogar Menschen darin transportieren. Victor hat nicht vor, in seinen Drachen Passagiere zu befördern. Dennoch nutzt er 115 Jahre nach Bells Erfindung das gleiche Prinzip des Tetraeders, um seine Kreationen fliegen zu lassen. Und das sieht dann so aus. Neben Alexander Graham Bell lässt sich Victor von Künstlern inspirieren, darunter auch Designer und Architekten. Wie Charles und Ray Eames, die übrigens ein Spiel namens The Toy entwickelt haben, mit dem man bunte Drachen bauen kann. Oder bildende Künstler wie Felice Varini, ein Meister der Anamorphose. Die Anamorphose wird durch den Wind erzeugt. Sobald sich der Drachen dreht, kann man das Motiv kurz sehen. Das ist so interessant. Das Motiv ist nicht immer von überall zu sehen. Es ist ein Motiv, das mit dem Wind spielt. Die Drachen verändern ihr Aussehen je nach Standpunkt des Betrachters. Victor folgt damit einer Bewegung, die in den 2000er Jahren begann, als sich die Kunstwelt dem Himmel zuwandte. Der argentinische Künstler Tomás Saraceno, auch fasziniert von Alexander Graham Bell, verwendet einen tetraedischen Drachen für sein Projekt Solar Bell. Damit entwickelt er eine mögliche Zukunft für fliegende, bewohnbare Strukturen. Ein anderes Thema hat die Österreicherin Anna Rubin. Sie entwickelt organische Kreationen, die sich in die umgebende Landschaft einschreiben. Durch den fliegenden Drachen wird auch von mir ein Teil Luft, Wind, Höhe, Aussicht. Der Drachen bringt mich in ein anderes Verhältnis zur Landschaft und zu mir selbst. Diesen Ansatz kann auch Victor nachvollziehen. Wir sind immer vom Wind abhängig, vom Himmel. Also entwickle ich auch die Drachen und Farben nach Vorbild eines Himmels mit Wolken. Es ist wie ein Bild, das nie fertiggestellt wird. Und wenn der Himmel voller Wolken ist, so wie heute, welchen Drachen nimmt man dann? Bei diesem Himmel lasse ich vor allem weiße Drachen mit Mustern fliegen, die beim Auftauchen der Sonne erscheinen und dann wieder verschwinden. Bei den tetraedrischen Drachen gibt es drei Ebenen. Es ist schön, diese Perspektive zu haben, mit den verschiedenen Ebenen und Farben. Und daraus entstehen tolle Bilder. Der Amerikaner Jacob Hashimoto schafft Werke aus hunderten winziger Drachen aus Bambus und Papier, die nicht in die Luft, sondern die Wände hochgehen. Und ein Kinderspielzeug sind sie selbstverständlich auch nicht. Und ein Kinderspielzeug ist sie selbstverständlich auch nicht.